Die Gerüchte Eine von meinen Kollegen ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Sie hat nicht gesagt worden. Haben Sie sich überhaupt nicht gemeldet? Das ist das Problem. Niemand weiß, wo sie ist. Deswegen muss ich alle ihre Arbeit übernehmen. Stell euch vor, ich muss meine Arbeiten erledigen und ich muss auch ihre Arbeit machen. Das ist so ein Drang. Aber jetzt ist das alles gut. Ich bin wieder zu Hause und ich musste wissen, wie euer Tag ist. Was hältst du von eurem Tag? Mein Tag in der Schule war heute nicht so schlecht. Ich hatte nicht so viele Hausaufgaben. Ich habe heute eine neue Michelin. Sie heißt Jana und sie kommt aus Morocco. Sie ist sehr nett, aber ein bisschen komisch. Komisch? Warum denn? Sie trug so, ich took aus der Schule. Sie hat gesagt, sie muss es als eine really beautiful Gilder Schwaner. Aha, sie ist Moschland, nämlich ich mau an. Ich weiß es nicht. Ich frage sie mal morgen nach. Papa, ich habe heute einen schlechten Tag. Ich habe mit meiner besten Freundin geschrieben. Du meinst mit Hannah? Nein, Papa. Meine beste Freundin heißt doch nicht Hannah. Ihr Name ist Lisa. Was ist denn passiert? Jetzt? Letztes Wochenende ist sie mit den anderen Freundinnen in die Kino gegangen, ohne mich einzuladen. Ich finde das ist wirklich ungelöst. Welchen Film haben sie gesehen? Avenger, sie haben auch ohne mich zusammen Kuchen gegessen und Kaffee getrunken. Ich glaube Lisa soll mich doch fragen, ob ich auch gehören möchte. Jetzt spreche ich nicht mehr mit ihr. Okay, es ist aber eine kleine Zeit. Sprich bitte morgen mit Lisa und sag ja, du möchtest nächstes Mal auch mitkommen. Ja, Papa. Ihr soll doch mal. Ich habe eine sehr gute Znerich. Ich habe eine Promotion gekriegt. Wauw. Papa, das ist super. Kriegel mir dann ein Playstackshut. Let's close now, my king. Ihr müsst kute Ergenieff's fear-weird performance Kriegel. Dann bekommen ihr ein Plastation. Ab nach der Woche, abeite ich in eine neue Proof-Aktralong. Wünsch mir feel gut, kindah. Ja, Papa, das ist ein Plastisch. Helft Mia bitte den Tisch aufzuhören. Ich weiße den Tisch. Ich schreibe, dass sie schön so küschen. Ich schreibe es in der Skrimasche. Schön, jetzt an die Arbeit. Was, was, was? Ihr Prophet wie Hasen mit Gellemann. Ich weiße dich selbst. Well, das ist, was you?